Wunderbar schönen guten Morgen Leute! Ich preppe jetzt wieder meine Lademahzeiten für den zweiten Ladetag. Vorher gibt es aber noch den guten Morgen Shake. Ich habe da drinnen jetzt 10 Gramm Glutamin und Vitamin C. Ich würde schon mal behaupten, dass mein Immunsystem geschwächt ist, einfach aufgrund der Belastung, Beanspruchung, des niedrigen KFHs, des intensiven Trainings, etc. Und bei mir zu Hause sind alle krank, also Verena krank, Paul krank, aber so richtig mit Fieber, die Linger und ich habe eigentlich wirklich nichts und ich kann das schon auch vielleicht ein bisschen zurückzuführen auf meine Rostnatur, aber B mit Sicherheit auch die konstante Einnahme von Supplements. Also für mich ist das schon sehr, sehr wichtig. Gerade solche Dinge wie ein Multivitamin, ein Vitamin C, Omega 3, diese ganzen Geschichten, weil die Leute kaufen immer alle Booster etc., weil sie da instant eine Wirkung spüren. Du trinkst einen Booster, du bist wach, du bist fokussiert und du gehst ins Training und hast einen Puncher, das ist alles gut und schön, da spürst du ein instant eine Wirkung. Und das vernachlässigen die Leute aber oft ganz gern, weil sie da halt eben nicht diese akute Wirkung sofort spüren, aber ich glaube halt einfach, dass auf Long Term zumindest so ein gutes Multivitamin, Omega 3, das sind einfach die Basics, ja, weil ihr dadurch halt widerstandsfähiger seid, gesund seid und natürlich was das so zwei, drei Wochen Krankheit, wirft ihr halt mega weit zurück, bis dass du dann wieder reinkommst und wenn du das vielleicht so drei, vier Mal im Jahr hast, kannst du ausrechnen, dann fällt dir zwei, drei Monate wertvoller Progress, wenn du dann das öfteren krank bist, ja. Was bei mir dann meistens schon der Fall ist, Prost. Was ich dann aber schon oft merke, ich werde dann manchmal krank, wann die Wettkampfsaison vorbei ist und dieser Druck und die Anspannung, die Stresssituation abfällt, der Körper so nachlässt und dann passiert es mir manchmal, dass ich vielleicht einmal eine Woche verkühlt bin oder so. Aber sonst, ganze Prep, Klopf auf, Stein, also habe ich nichts gehabt und deswegen, das ist jetzt wieder relativ schlechtes Produkt, dass ich unbedingt Supplements kaufen und nehmen, dass ihr halt eben dementsprechend nicht krank seid. Wir haben jetzt gerade bei uns Grippesaison, Corona-Saison irgendwie gefühlt, jeder zweite ist krank und liegt und das kann euch viel ersparen, würde ich mal sagen. Ich habe kleine Hände. So, aber geschehen die Unterhalte blicken. Dann tu jetzt nicht meine, 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 meine femininen Züge ein bisschen hervorheben. Nein, das tun wir nicht. Wir schauen, dass einfach die Farbe dann von den Fingernägel wieder runter geht. Genau, weil es ist immer relativ lästig, wenn man Tanning macht und dann dauert es unter dem Strich mehr oder weniger drei Monate, bis das das aus den Nägeln wieder rauswächst, die Farbe und dann, wenn man dann einfach einen Chlorlack ein bisschen draufgibt, dann kann man sich das da sparen und man wascht die Farbe runter, damit die Nägel sind dann wieder schön. Ja, bei der Maniküre und Pediküre wurde ich hier unsanft abgelehnt. Wahrscheinlich wegen meines optischen Erscheinungsbildes wurde ich da sicherlich vorverurteilt. Spiegelt mein Leben wieder. Muss nicht schön sein, muss nicht funktionieren. Wo gehen wir hin? Weigh-in, check-in, Athleten-Meeting, Tanning. Wenn ich hier noch mal 27 Grad lebe, hätte ich auch nicht mehr geglaubt. Gut ausgeschildert ist auch was anderes. Was ist Ihr show tomorrow? Ja. Ich weiß nicht, er ist größer, größer als Angelow. Ich weiß nicht, Angelow ist in der Haus, aber Christian sieht sehr gut aus. Ich glaube wirklich... Kann ich dir fragen, wie alt warst du? Ich bin 55. Okay, so wir sind die gleiche, aber ich glaube, du hast noch ein sehr guter Zukunft in 2.12 weil du bist fast perfekt gebaut. Ja, das ist das erste Mal, weil er ein Klassiker war. Ja. Und dann, wenn er es verändert, er verändert hat, aber es ist besser als Klassiker. Ja, ja. In 2.12. Ja, ja. Ja, 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 ja. 83 Kilometer. Ja. Und dann, er hat seine Muskeln. Ja, ja, ja. So, du musst viel aufbauen. Ja, ja, ja. Und oft, wenn du... ...stripte auch vieles, du verlierst die Klassiker, weil nichts verletzt. Ja, ja, ja. Du hast auch viel dick, viel fiber. Du hast auch genetische Klassiker. Ja, ja. Ja, ja. Oh, die Schulter so round. Ja, ja. Es ist gut aus. Er ist viel besser als Klassiker in 2.12. Ja, ja, ja. Also, in Klassiker, er war ein winner, weil er die Qualifikation für Olympia in Klassiker. Ja. Aber in 2.12, er fühlt sich besser, er ist nicht zu viel stress. Ja, ja. Ja, ja. Du hast noch viel Platz in der Weit Limit für die Klassiker? Nein, ich glaube, er hat 93. Ja, ja. Ja, ja. Du hast 3 Kilos mehr für die Zukunft. Also, realistisch 5, 6 Kilos. Ja, ja. Wenn du ihn aufrufst und... Ja, ja. Ja, ja. Das ist großartig. Ja. Es sind nur 7 Athleten. Ja, ja, ja. Ich glaube, es wird nur 1 Athlet. Ich glaube... Es gibt Qualifikation für ihn. Es wird gut für ihn, weil er ein Jahr hat er verbessert. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, so you... So you... So you... You cruise into the show without the peeking? Ja. Ja, ja. Okay. Okay. Okay, okay. So no water manipulation or nothing? No, no. Ja, ja, ja. Because... Because... I hate back-to-back shows. With the... Sometimes the second show is better, you know? Yeah. But it's tricky. It's tricky. Yeah. It's Olympia stage, but... If you don't make a crazy manipulation... The body is still... Yeah, yeah. We will travel. Travel is a long time. Just for jet lag. I hate the travel. Yeah, we come to Thursday. Yeah. On the Thursday we come. Yeah. And the show is a Friday, probably Easter. Yeah. Yeah. But... For me, it's not that tragic to... Fly to U.S. Then go back home. Okay, say the same. Go back home. Back home is terrible. It's horrible. Yeah. I was... I was in California... In... I think it was June. Okay, this year? Yeah. And coming back... I was with Tim, no? I was with Tim, yeah. Yeah, I know. Yeah. And for a week, I was... I was competing. But the team competing in Cali Pro? Yeah. Nice, good face. Everything you have to be at Olympia stage. And he has the... He has so much grainy muscle. He has that... Yeah, because he's strong. He has that hard-working muscle, you know? That... That... Yeah. 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 Of course. Okay. Now, I give you the word. You have to speak for all these boys who are not here. Okay. So, tell us a little bit about yourself. Tell us since when you're doing bodybuilding. Tell us what are your plans. Are you ready to win for tomorrow? Hello. My name is Michael. I'm from Austria. I'm 35 years old. Thank you very much for the hospitality. And thank you to the whole entire team for putting up the show. And I'm really looking forward for tomorrow to share the stage with guys like... Christian Zagarella, Lee Powell, Radoslav Angelov, because those are guys I really looked up to. And it's really an honor to share the stage with them. And my goal for tomorrow is... I would love to make my son proud of me. Will there be a live stream tomorrow? I live stream, yes. Yes, okay. That's awesome. So, my family can watch the show tomorrow. And I'm looking forward to some traditional Bulgarian food afterwards. That's the easy part. Thank you. And welcome to the Balkan Grand Prix Bulgaria. Thank you very much. When something works, I want to know why it worked. And when something works not, I want to know why it didn't work. So, when I go somewhere and eat like a burger, for example, I don't know how much salt, how much fat, how much carbs. So, I want to measure everything that for the next time, I know what was working and what was not. What was your last choice? Tomorrow. It's an honor for me to share the stage with you tomorrow. Thank you very much, mate. Good luck. Cheers. 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 Cool. Jones, folks, people stop walking, make her thing aside from getting to TV notices, so, you know how to make avatoreивает. soll. Leider ist es am Balkon zu finster, sonst würde ich gerne vom Balkon aus zu meinem Volk sprechen. Ich wurde von meinem Kameramann angewiesen, das Video abzumoderieren und meine erste Abmoderation war nicht. Na, auf jeden Fall, erste Schicht Henning ist drauf. Der heutige Tag ist vorbei. Wir haben uns mit knapp 83 Kilo eingewogen. Das sind irgendwo sowas, würde ich jetzt mal sagen, knapp 10 Kilo mehr, 10, 10,5 Kilo mehr als vor New York und nochmal so gute 5, 6 Kilo mehr als vor Portugal letztes Jahr, was sehr gut ist. Wir werden dieses Mal ein bisschen was anders machen im Picking-Prozess. Wir werden das noch konservativer machen, als dass wir das eh schon immer gemacht haben, weil Stefan das so entschieden hat und ich vertraue ihm zu absolut 100%. Ich lasse mich da fallen. Trotzdem ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, was er mir gesagt hat, aber ich lasse mich da drauf ein. Wir machen das so. Ansonsten war heute ein wunderschöner Tag, auch wenn es lange war, aber es war total cool, die anderen Wettkampf-Teilnehmer, meine Konkurrenten zu treffen, weil ich muss euch sagen, der Profizirkus ist so viel anders als der Amateurzirkus. Es gibt keine Rundgezicke, Karunke-Bitsche. Es war so freundlich. Es waren so coole Unterhaltungen mit allen. Es war mega. Es hat mir richtig großen Spaß gemacht. Es war cool. Und jetzt freue ich mich eigentlich einfach nur mehr riesig auf morgen. Es war ein schöner Tag. Ich hoffe, wir konnten euch dahingehend ein bisschen mitnehmen und teilhaben lassen. Ich möchte mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei euch allen für das extrem positive Feedback, das ihr mir gegeben habt auf unserem Vlog und das extrem positive Feedback für meinen Kameramann, den Chris. Also nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich habe es auch in die Kommentare geschrieben. Also nochmal ein ganz herzliches Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier hinzufliegen. Ist absolut nicht selbstverständlich. Und ein Bodybuilder in der Peak ist jetzt auch nicht gerade immer so pflegeleicht und ganz einfach, muss ich sagen. Ja, herzlichen Dank dafür. Dankeschön euch allen. Ihr könnt mich unterstützen und supporten, indem ihr einkauft auf esn.com. Die eignen sich perfekt für Reisen. Wir haben immer noch 20% Rabattaktion. Bitte unterstützt mich und supportet mich. So kann ich dem Chris seinen Holzklasseflug da finanzieren. Ja, danke für alles. Schönen Abend. Noch schönes Wochenende. Morgen ist, was ist morgen überhaupt? Morgen ist Samstag. Genau. Schönes Wochenende euch allen. Ja, pfiert euch. Baba. Gute Nacht. Guten Morgen. Viel Spaß beim Cardio. Alles Mögliche. Auf Wiedersehen. Lassen Sie den Schirm nicht stehen.